Hallo, ich bin der Thomas Neusiedler. Ich freue mich, Sie heute in der Helvetze begrüßen zu dürfen. Ich bin seit neun Jahren hier im Unternehmen und seit einem Jahr Vorstandsvorsitzender. Ja, meine Story, ich bin bekennender Niederösterreicher, bin im Spital in Mödlen geboren, wohne jetzt genau 500 Meter entfernt. Also man könnte sagen, ich habe die Welt gesehen und unweit von meinem Elternhaus ist ein Kloster, nämlich St. Gabriel. Und da ist immer ein Priester vorbeigegangen. Und der Priester hat Thomas geheißen, war der Pater Thomas. Und das war im Endeffekt mein erster Berufswunsch, weil ich den jeden Tag vorbeigehend gesehen habe, war eigentlich Priester zu werden. Dann im Laufe der Zeit bin ich irgendwie draufgekommen, dass das Leben mehr zu bieten hat als eine klerikale Karriere. Dann wollte ich, glaube ich, wie ich ungefähr so Volksschule, Mittelschule war, war ich bei einem Orthopäden. Dann wollte ich Orthopäde werden. Und irgendwie habe ich mir dann nach doch einiger Zeit Lateinunterricht gedacht, am Medizinstudium ist es auch nicht. Ja, und am Ende des Tages habe ich dann es eigentlich meiner Betriebswirtschaftslehrerin zu verdanken, weil, das geht jetzt, glaube ich, in eine andere Richtung, als Sie glauben, der Unterricht damals für mich empfunden so erbärmlich war, dass ich mir gedacht habe, das muss irgendwie noch mehr können. Und ja, dann bin ich an die WU gegangen, habe BWL studiert. Und ja, meine Abschlussarbeit war dann schon über das Versicherungswesen. Und ja, jetzt bin ich kein Pfarrer, sondern Vorstandsvorsitzender einer Versicherung. Ja, ich würde die Frage gerne ein bisschen fast abwandeln, weil ich glaube, ich weiß, in welche Richtung es geht. Nicht inspirieren geht meiner Meinung nach nicht. Und von daher würde ich es fast so mit Watzlawick beantworten wollen, der ja gesagt hat, nicht kommunizieren kann man nicht. Deswegen sage ich, nicht beeinflussen kann man nicht. Also mir haben die schlechten Vorgesetzten mindestens genauso mich inspiriert, nämlich nicht so sein zu wollen, wie die guten Vorgesetzten. Also ein bisschen so wie die Eltern. Wer kennt den Satz nicht? Das mache ich mit meinen Kindern sicher mal nicht. Und genauso ist es eigentlich in meinem beruflichen Werdegang. Ich habe genauso viele gute Erinnerungen wie vielleicht nicht so perfekte Erinnerungen. Beeinflusst haben wir in Summe aber eigentlich beide. Was traut man mir nicht zu, wenn sie meine Frau und meine Tochter fragen würden, dann würden die, wie aus der Pistole geschossen, sagen, singen, tanzen und langfristig abnehmen. Ich glaube aber auch, dass sie etwa auf etwas anderes hinaus wollen. Das, was man nicht glauben würde, ist im Endeffekt so meine volle Überzeugung, dass ich irgendwann einmal für mich den Anker werfen möchte und irgendwann einmal dort sein möchte, wo das ganze Jahr oder nahezu das ganze Jahr Sommer ist. Und wenn der Punkt erreicht ist, und es ist sicherlich noch eine Zeit lang hin bis dorthin, aber ja, der Satz, irgendwann bleibe ich dann dort, das ist schon etwas, was ein bisschen so in meinem Fokus noch immer da ist. Weil es im Endeffekt sehr, sehr gut in diese Gesamtstory unseres Unternehmens Silvezia passt, weil wir wollen anders sein wie die anderen. Ich habe in einem Interview vor einiger Zeit einmal gesagt, es ist mir durchaus bewusst, dass wir jetzt nicht der FC Bayern, der österreichischen Versicherer sind. Habe aber auch gleichzeitig gesagt, das entspricht so meinem Naturelli, ich bin lieber Spielmacher in Freiburg, als bei den Bayern auf der Bank. Und das ist im Endeffekt das, dass es uns als Unternehmern klar ist, dass wir Dinge anders machen müssen wie die anderen, dass wir nahbarer sind wie viele andere. Und das ist eine willkommene Möglichkeit, nicht zuletzt auch das Unternehmen an Helvetia vorzustellen, auf eine kreative Art und Weise. Ich habe mir die Lampe angesehen, oder ich habe mir Lampen angesehen, jetzt muss ich fast die Lampe angreifen. Es ist vielleicht ein bisschen so, mein pragmatischer Zugang zum Leben. Die Lampe hat mich irgendwie so erinnert, ein bisschen so ein Megafon. Und daher habe ich mir gedacht, die muss es sein. ich habe mich wie gewollt. Vielen Dank.